Hallo, mein Name ist Samira Spiegel, ich komme aus Unterfranken und ich bin Berufsmusikerin. Ich spiele zwei Instrumente, Klavier und Geige. Die Corona-Pandemie hat auch mich ziemlich hart getroffen, wie vermutlich alle anderen Künstlerinnen und Künstler auch. Auch bei mir wurden leider alle Konzerte abgesagt und werden auch immer noch gecancelt. Außerdem kann mir kein Veranstalter eine Perspektive nennen, wann diese Konzerte nachgeholt werden, denn keiner weiß ja, wann die Pandemie vorbei sein wird. Nicht nur der finanzielle Schaden macht mir zu schaffen, sondern natürlich auch, dass ich nicht auf der Bühne stehen kann, dass ich keinen Kontakt zum Publikum habe und dass dann doch irgendwie die Motivation fehlt zum Üben, denn man hat nicht wirklich ein Ziel, wo man sich vorbereiten kann. Ich finde die Aktion der Fürstlich-Kastellischen Bank sehr gut, die Neujahrsaktion, und bin da gerne bereit mitzumachen. Deswegen habe ich die vierte Melodie von Sergej Prokofiev aufgenommen für Violine und Klavier. Ich bin der Bühne von Sergej Prokofiev aufgenommen für Violine und Klavier. Ich bin der Bühne von Sergej Prokofiev aufgenommen für Violine und Klavier. Amen.